Willkommen im Teutoburger Wald. Der Ups, viele Downs. Arminia Bielefeld, ja die Fahrstufmannschaft. Konstruktion aus Stahlrohr und Holz, heute undenkbar. Ich glaube, mir als Kind hat es eher ein bisschen Angst gemacht. Wir waren halt auf dieser Rollstribüne. Also ich war sprachlos, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe da gesessen und ich habe gesagt, das kann ich sagen. Wie ich jetzt noch Gänsehaut bin, ich darüber nachdenke. Wo einfach niemand gedacht hätte, dass wir diese Pimen schlagen. Ich glaube auch nicht, dass das bei irgendeinem anderen Fußballverein in dieser Art und Weise so geht wie bei uns. Ja, ich habe das gesehen. W solutions, mach es! Ja! 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 Ja!